Hallo zusammen, in dem Video rede ich mal über den Camper. Den habt ihr ja wahrscheinlich schon in ein, zwei anderen Videos gesehen, also wenn ihr diese Videos geschaut habt. Und heute gibt es mal eine Tour davon und ich rede generell halt auch über dieses Camper-Konzept vor Nachteile sowie vor Nachteile von dieser speziellen Bauart mit dem Pop-Up-Dach. Ich haue euch ein paar Links in die Videobeschreibung rein, unter anderem auch den Link zu der Location, wo ich mich hier gerade befinde. Sind die LBJ Grasslands mal wieder, hat sich leider etwas zugezogen heute Morgen. Und es ist sehr kalt geworden. Ja, vor ein paar Tagen waren es noch 30 Grad. Jetzt sind es irgendwie 10 oder 12 oder so. Frieren ja fast die Hände ein beim Film. Insofern haue ich mal ein bisschen rein. Es gibt hier heute sechs Kapitel. In dem ersten, was jetzt kommt, rede ich über dieses spezielle Modell und vergleichbare Modelle. Das ist halt, wie schon mal erwähnt, ein Palomino SS 550. SS steht für Soft-Side. Dann gibt es von dem Hersteller noch die Hard-Side-Serie, wo die Modelle mit der Bezeichnung HS halt entsprechend anfangen. Außerdem hat Palomino auch noch zwei verschiedene Brands, zwei verschiedene Produktserien. Die Backpack-Serie, zu der dieser Camper hier gehört. Und dann gibt es das gleiche Modell auch noch mal unter dem Brand Real Light, also L-I-T-E geschrieben, mit der Bezeichnung SS 1604. Also der ist absolut baugleich mit diesem hier. Frag mich nicht, warum Sie das gemacht haben. Wie gesagt, Link zu der Webseite des Herstellers gibt es in der Beschreibung. Die haben sechs verschiedene SS-Modelle. Das klingt grauenvoll. Ja, also Soft-Side-Modelle. Und dieser Camper hier ist, wenn man den so von der Größe her als Hard-Side würde haben wollen, sollte man sich mit dem HS 750 Modell beschäftigen. Was diese Pop-Ups angeht, ist es eher so ein Nischenprodukt hier auch auf dem Markt. Da gibt es noch ein Modell von North Star, den North Star 850 SC. Und dann gibt es noch Alaskan Campers, die aber so selten sind, dass ich ihn noch nie bewusst auf der Straße gesehen habe, obwohl ich auf sowas natürlich achte. Und dann gibt es verschiedene Ultra-Leicht-Modelle noch, die aber auch entsprechend extrem teuer sind. Im Vergleich zu diesem Camper jetzt hier so ungefähr das Doppelte, die ja wiederum den Vorteil haben, dass sie ein mechanisches Dach haben. Rede ich gleich noch mal drüber. Und da findet ihr von dem Hersteller Four-Wheel-Campers das Hawk und das Swift und das Raven-Modell. Je nach Truckgröße bauen die drei verschiedene. Und von AT Overland gibt es noch das Backcountry-Modell. Ansonsten gibt es viele Flach- oder Flatbed-Modelle. Dazu müsste man dann aber das Truckbed abschrauben und durch eine Plattform ersetzen, die dann wiederum auch andere Lichter hinten dran hat und so. Das ist dann aber für den Alltagsgebrauch auch nicht mehr so richtig toll. Also ist es schon sehr kompromisslos, wenn man den Truck halt wirklich nur oder fast nur fürs Camping benutzen will. Insofern habe ich mich da nicht so mit beschäftigt. Aber die findet ihr halt eben auch Flatbed-Modelle. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen Hardside-Modelle, die nicht diesen Pop-Up-Teil oben haben. Von Palomino eben auch, wobei das eine eher günstige Marke ist. Dann findet ihr halt die meisten Modelle von dem Hersteller Lance. Das ist so der größte Hersteller auf dem Markt. Wolf Creek gibt es noch. Capri Campers, New Camp, N-U-C-A-M-P geschrieben, New Camp Campers. Aber meiner Meinung nach die besten Camper, die es überhaupt zu kaufen gibt. Also je nachdem halt. Also für mich, wenn man jetzt sagen würde, okay, Geld spielt überhaupt keine Rolle und es sollen Hardside-Camper werden, der möglichst qualitativ hochwertig gebaut ist, dann würde ich mir einen Northern Light kaufen. Auch wieder mit L-I-T-E geschrieben. Ja, warum auch immer. Also Northern Light. Warum habe ich mich für dieses Modell entschieden? Ich hatte ja ein AT Overland Habitat bestellt für den Truck, den ich bestellt hatte. Ja, du, ich will nicht wieder mit diesem Drama anfangen. Der ist aber, oder hat den Nachteil, dass er Truck-spezifisch ist, weil es ein permanenter Aufsatz ist, der auf dieses Truck-Bed draufgeschraubt oder draufgeklammert wird. Und insofern kann man dann halt, wie gesagt, nicht mehr den Truck wechseln. Ich hätte ihn mir sogar in Wagenfarbe lackiert bestellt. Wäre halt dann, wie gesagt, ja, kein Truck-Wechsel mehr möglich gewesen. Außerdem hat er halt den Nachteil, dass er leicht, also der Vorteil, dass er leichter ist, aber der Nachteil ist, dass er halt deutlich einen kleineren Innenraum hat, weil er halt eben auf dem Truck-Bed draufsitzt und nicht drüber hinaus, aus den Seiten herausragt. Und er hat halt auch keine Ausstattung. Man kann ihn mit vergleichbarer Ausstattung bestellen, aber dann wird es halt auch schon mal deutlich teurer. Also ich hätte ihn mir sogar bestellt mit so einem Tuma Vario Heater. Und man kann ihn auch noch bestellen mit so einer Küchenzeile drin, mit einem Kühlschrank und so weiter. Aber wie gesagt, dann wird es auch schon noch mal so ein bisschen teurer. Dieses Modell hier ist halt, wie gesagt, unabhängig von dem Truck. Das heißt, ich könnte mir auch, was ich jetzt nicht mehr vorhabe, aber ich könnte mir auch einen anderen Truck kaufen und es dort reinsliden. Außerdem war er halt auch verfügbar. Ja, das war der größte Faktor, weil diese anderen Sachen sind halt, diese Ultra-Leichtcamper sind halt sehr selten. Und das war halt hier, ich habe mir gebraucht gekauft, in der Region verfügbar. Preis hat halt auch gepasst. Die Ausstattung ist recht gut dafür, was man halt so bezahlt. Und vor allen Dingen, ganz wichtiger Faktor, er passt halt in meine Garage rein. Man kann ihn außerdem auch nutzen, sehen wir gleich noch mal bei der Innenraumtour, wenn das Dach unten ist. Das heißt, er hat zwei Schlafbereiche. Den unteren Schlafbereich kann ich auch nutzen. Das war auch ein Faktor, weswegen ich mich für genau dieses Modell und gegen einige andere Modelle mit etwas besserer Ausstattung zum Teil entschieden habe. Ist er in Europa erhältlich? Habe ich nicht nachrecherchiert. Ich würde mal vermuten, nein. Also ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Habe ich auch noch nie auf der Straße gesehen. Irgendwas Vergleichbares. In Europa sind ja auch nicht so viele Trucks unterwegs. Und die meisten Trucks, die unterwegs sind, sind jetzt auch aus der Mid-Size-Kategorie. Also was hier auf dem Markt die kleinsten Trucks sind. Also Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok und so. Und da würde dieser Camper nicht raufpassen. Also vom Gewicht her auch alleine schon. Und insofern wird man den vermutlich auf dem europäischen Markt jetzt nicht so finden. Kann man ihn importieren und das mit dem Gas und Strom umbauen. Vielleicht habe ich mich aber nicht mit beschäftigt. Ja, also vom Design her ist er auch, sehen wir gleich beim Innenraum, natürlich auch sehr amerikanisch. Also dieser ganze RV-Sektor oder RV-Style ist ja jetzt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal altbackener, wo es jetzt sehr negativ rüberkommt. Vielleicht gibt es auch Leute, die mögen diese Farbgebung. Aber es ist halt in dem RV-Bereich jetzt alles so etwas dunkler. Ja, was sind die Vorteile von Soft-Sight versus Hard-Sight? Also die Soft-Sight, das was das hier halt ist, dass man das Dach oben hochfahren kann. Das ist eine Höhe von 22 Inch. Ich habe das jetzt alles mir nur in US-Maßeinheiten gemerkt. Ich blende euch dann jeweils die metrischen Maßeinheiten ein. Man kann es um 22 Inch nach oben fahren. Und für mich ist halt der Hauptteil, dass ich das Ding in meiner Garage lagern kann. Also ich kann ihn nicht wirklich in meiner Einfahrt abstellen. Und außerdem rottet er halt auch draußen super schnell weg. Wenn er den Elementen ausgesetzt ist, dann ist er wahrscheinlich in ein paar Jahren komplett fertig. Ich kann halt die Lebenszeit, Lebensdauer von diesem Fahrzeug, von diesem Camper erheblich erhöhen, wenn ich ihn in meiner Garage parke. Das war halt für mich der Hauptfaktor, warum ich einen Pop-Up-Camper haben wollte. Dann ist es beim Fahren ein bisschen angenehmer, weil die Windangriffsfläche ist etwas geringer. Also sie ist definitiv noch da, aber halt die Durchfahrtshöhe ist geringer. Das heißt, man kommt unter Umständen irgendwo noch durch, unter irgendwelchen Bäumen durch oder so, wobei einem Hardside-Camper, der halt höher ist, dann schon Schluss ist. Dann sehen wir gleich, wenn wir drin sind, die Rundumsicht ist halt auch ganz nett. Und halt, wenn es wärmer ist, also nicht heute, aber sonst an wärmeren Tagen, ist halt die Belüftung auch ganz gut, weil man halt diesen Zellteil, der oben, den oberen Teil halt aufmachen kann. Gewicht, Unterschied, jein, also ist jetzt nicht so ein wirklicher Faktor. Das Ding ist im Vergleich zu dem HS750, der recht ähnliche Größenmaße hat, vielleicht so 30 Kilo ungefähr, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, 30 Kilo leichter. Also macht dann jetzt auch keinen großartigen Unterschied mehr. Was sind die Nachteile von dieser Softside-Variante? Für mich ist der größte Nachteil, dass ich ein bisschen Angst habe, dass dieser Mechanismus mal irgendwann versagt. Also was weiß ich, Strom geht irgendwie nicht mehr. Also Batterie ist jetzt tatsächlich kein Faktor, weil man das an das Auto anschließt, an den Truck und dann zieht er den Strom über den Truck. Aber ich habe irgendwie Angst, dass man unterwegs ist und ich fahre das aus und dann kann ich es nicht mehr einfahren, weil damit kann man jetzt nicht wirklich über den Highway fahren. Also zur allergrößten Not müsste ich diesen Mechanismus oben abschrauben, wo er befestigt ist und das Dach dann so runterfallen lassen. Aber das ist halt für mich so der größte Nachteil. Das, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ist ein Vorteil bei den Ultraleicht-Varianten, wo man so ein Pop-Up-Dach hat, was man halt mechanisch hochdrückt, ist natürlich nicht so komfortabel. Und man muss es dann auch komplett ausfahren. Das heißt, man kann es halt hochploppen bei diesen ultraleichten Teilen, da ist das Dach an sich dann auch deutlich leichter. Also man kann es halt, wenn man drin steht, so hochdrücken und dann einrasten lassen. Hier ist der Vorteil, dass man es auch nur so ein ganz kleines Stück hochfahren kann, wenn man will und es nicht komplett ausfahren lassen muss. Also quasi stufenlos verstellbar in der Höhe. Nachteil ist hier natürlich nochmal bei der Variante, dass man halt eine Zeltwand mit drin hat. Also ist es halt von der Isolation her deutlich schlechter. Deutlich weiß ich jetzt nicht, aber schon ein gutes Stück schlechter. Das merkt man halt, wenn man drin sitzt und man hat draußen ein bisschen Lärm und dann fährt man das hoch. Dann wird es gleich halt deutlich lauter und außerdem halt Kälte und Wärme, Isolation. Und man hat natürlich auch wieder so ein Element, dass so ein gewisser Aufbau notwendig ist. Das heißt, ich muss mich da jetzt mit beschäftigen, wenn ich irgendwo anhalte und kann jetzt nicht wie bei so einem Hardside Camper einfach reinspringen und mich schlafen legen. Kondensation, falls ihr euch das fragt, ist jetzt irgendwie kein großartiges Thema. Es ist mir hier noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser oder schlechter ist als bei einem Hardside. Aber ist wie gesagt jetzt irgendwie bisher kein Faktor hier gewesen. Generelle Vor- und Nachteile von so einem Camper versus alle anderen Varianten, die es halt so gibt. Und also Vorteil ist halt, man braucht kein extra Fahrzeug im Vergleich zu einem RV zum Beispiel, einem Wohnmobil, wo man dann halt ein komplettes Fahrzeug mit der ganzen Mechanik, Ölwechsel, Versicherungen, Steuern und so weiter halt hat, das man bezahlen muss. Das hat man hier jetzt halt nicht. Das heißt, man kann halt den Truck separat nutzen und dann, wenn man campen gehen will, den Camper aufladen. Hat ansonsten noch ein recht brauchbares Alltagsfahrzeug. Man hat ein sehr kleines Platzprofil. Das heißt, das ist ja im Endeffekt nicht wirklich viel größer als der Truck an sich. Gut, ich habe jetzt die Ladeklappe offen. Dann könnte ich abbauen, dann wird es halt noch kürzer, der Truck. Aber das ist halt wirklich sehr angenehm, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man kann halt auf einem normalen Parkplatz bei irgendeinem Restaurant parken. Das geht halt jetzt, wenn man es mit einem Anhänger vergleicht, unter Umständen nicht mehr. Oder mit einem größeren RV-Wohnmobil geht es halt auch nicht mehr. Und man kann halt mal eben kurz einen U-Turn irgendwo machen, was man vielleicht mit einem größeren Gefährten nicht mehr so ohne weiteres machen kann. Im Gegensatz zu einem Anhänger insbesondere und auch einem RV teilweise ist es halt auch deutlich geländefähiger. Man kann vielleicht was Ähnliches erreichen mit so einem Sprinter-Van, wenn man den höher legt und Geländereifen raufzieht. Aber wenn man halt vorhat, ins Gelände zu fahren damit, dann ist halt der Truck oder so ein Truck mit Allradantrieb absolut die beste Plattform dafür. Insbesondere, wenn man den jetzt noch höher legen würde, wobei ich das jetzt nicht vorhabe. Weiterer großer Vorteil von so einem Truck Camper ist, dass man ihn nicht registrieren muss. Das heißt, er braucht kein eigenes Kennzeichen, er braucht keine eigene Versicherung. Und also kann man natürlich jetzt über das Auto mit versichern, wenn man will. Aber man braucht keine separate Haftpflichtversicherung, man braucht keine Steuern, muss keine Steuern oder Registrierungsgebühren dafür zahlen. Hier in Texas jedenfalls, in anderen Bundesstaaten soll es das zum Teil geben. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viele Bundesstaaten oder welche genau, aber es soll es wohl in anderen Bundesstaaten geben, dass man ein Kennzeichen dran anbringen muss. Hier in Texas und vermutlich in der Mehrzahl der Bundesstaaten nicht. Also ist ein großer, auch finanzieller Vorteil. Nachteile von so einem Truck Camper versus andere Varianten ist halt, sind die Fahrzeuganforderungen. Habt ihr ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass es das etwas schwieriger gemacht hat, einen Truck zu finden, weil ich mir ohne den Truck Camper sonst einen etwas kleineren Truck gekauft hätte, der für das Ziehen von einem relativ großen Anhänger auch schon ausgereicht hätte. Aber durch das enorme Gewicht auf der Ladefläche braucht man eigentlich auch schon was, was größer ist als so ein F-150 oder Silverado 1500. Weitere Nachteile sind die ganzen Befestigungen, reden wir gleich nochmal drüber, ist das auch relativ aufwendig. Dann natürlich der im Vergleich zu einem RV geringere Platz im Innenraum, weil man halt eben keine Durchreiche in den Fahrerraum hat. Ja, auch eine geringere Ausstattung häufig. Also man kann die Dinger halt auch mit Dusche und fest installierter Toilette kaufen, aber die sind dann auch meistens relativ klein. Im Vergleich zu einem Anhänger, also für das gleiche Geld hätte man einen relativ großen Anhänger bekommen, der halt eben eine Vollformat Dusche und und so weiter drin gehabt hätte, teilweise vielleicht sogar so einen Backofen noch oder irgendwas. Also wenn man viel Ausstattung für einen Familienausflug haben will, ist man mit einem Anhänger natürlich besser bedient. Außerdem hat man bei so einem Truck Camper auch nicht viel an Stauraum. Im Vergleich zum RV oder auch beim Anhänger hat man meistens auch noch so einen Stauraum mit so Durchreiche und sowas. Das hat man hier jetzt alles nicht so schnell noch über die Befestigung geredet, bevor mir jetzt hier das Gesicht gerade einfriert bei den Temperaturen. Also ich habe das jetzt hier gleich richtig gemacht bei diesem Camper. Bei dem F250, den ich vorher hatte, habe ich andere Tie-Downs gehabt. Das sind jetzt hier welche, die am Rahmen befestigt werden. War eine ziemlich schwierige Installation, weil man muss unter anderem so Schrauben mit so einem Draht durch den Rahmen durchfädeln, damit die da so rausgucken. Und ist ein bisschen stressig, weil wenn man die in dem Rahmen verliert, kriegt man sie nie wieder raus. Ja, ich habe es hingekriegt, ohne eine Schraube zu verlieren, Gott sei Dank. Und die Dinger wird man wahrscheinlich dadurch aber auch nie wieder rausnehmen. Man kann diese Teile, die hier rausgucken, kann man entfernen. Das heißt, man kann die, ja, so rausziehen mit so Pins. Ich habe die Pins durch Schrauben ersetzt mit Muttern, weil ich keinen Bock drauf hatte, dass mir irgendein Assi die Teile klaut, irgendwann er tanke oder so. Also wenn der Camper nicht drauf ist. Also ich fahre mit den Dingern jetzt eigentlich permanent drauf immer herum. Genau, man kann sie aber rausnehmen, dass man das dann im Endeffekt nicht mehr sieht, dass da so eine Apparatur unten angeschraubt ist. Ist auch ein interessantes Konzept insofern, dass es nur einen einzigen Hersteller gibt, der sowas baut. Für verschiedene Trucks. Ist auch entsprechend relativ teuer. Also so ein ganzes Set mit diesen Tie-Downs kostet so um die 900 Dollar. Und der einzige Hersteller, der das baut, ist Torklift. Allerdings ist das auch die einzig vernünftige Variante, so einen Camper anzuschrauben. Insbesondere, wenn er noch schwerer ist als dieses Modell jetzt hier. Weil alle anderen Befestigungsvarianten befestigen den Camper nur am Truckbed selbst. Und das ist jetzt nicht so die allerstabilste Variante, weil das Truckbed selbst ja auch nur auf den Rahmen draufgeschraubt ist. Und die sicherste Befestigungsmethode ist eben das mit diesen Torklift Tie-Downs, die sich am Rahmen selbst festschrauben. Das heißt, dieser Camper wird hier nicht mehr umkippen. Wenn er umkippt, kippt er mit dem gesamten Fahrzeug zusammen um. Ein Upgrade, was dieser Camper jetzt hier hat, über die billigeren Varianten noch davon. Also es gibt den in verschiedenen Preislagen und verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Und ein Upgrade davon sind halt diese elektrischen Camper Jacks. Ich würde das jetzt so als Stelzen übersetzen, die halt unten rausfahren, um den Camper auf- und abzuladen. Und die gibt es auch manuell mit Handkurbel, wobei man dann einen Aufsatz für eine Bohrmaschine mit dazu bekommt. Das heißt, man nimmt einfach eine Akkubohrmaschine und schraubt die dann so mechanisch rauf und runter. Vielleicht jetzt auch nicht schlecht, kann weniger schief gehen dabei. Allerdings lade ich den Camper so und so nicht ab, wenn ich unterwegs bin, sondern das mache ich nur zu Hause. Und ja, es ist mir zu aufwendig, das unterwegs zu machen. Und wie gesagt, ich habe auch keinen Bock jetzt irgendwo hier Probleme zu haben, wo ich den dann nicht mehr aufgeladen bekomme. Das sind jetzt wie gesagt elektrische Jacks, die sich halt mit so einer Fernbedienung rauf und runter fahren. Gibt es eben auch mit dem Aufsatz für die Bohrmaschine. Dann muss man aber immer hier rumlaufen, weil man kann jetzt nicht einen Stände ausfahren und dann die anderen, sondern man muss dann Stück für Stück die einzeln ausfahren. Also man ist dann da schon eine Weile beschäftigt, ist natürlich ein bisschen bequemer. Mit diesen elektrischen, mit der Fernbedienung. Der ganze Truck ist halt auch, der ganze Camper ist an den Truck über ein normales Kabel angeschlossen. Also da unten wie ein Anhänger. Der Truck denkt auch von der Elektrik her, dass da ein Anhänger dann dran ist, wenn man den anschließt. Und dieses Kabel hier ist so ein normales 7-Prong-Cable. Das habe ich halt jetzt ausgestöpselt, weil der ansonsten die Batterie von dem Truck leer zieht, wenn ich sie jetzt die ganze Nacht über dran lasse. Sollte man vorher wissen, natürlich ist eine wertvolle Information. Wobei ich auch so eine Batterie mit dabei habe, wo ich den Truck halt eine Starthilfe selbst hier geben könnte. Ja, das sind halt so Backup-Sachen, die man schon an Bord haben sollte. Der Truck hat außerdem, deswegen muss halt der Camper angeschlossen werden, hat neben den Bremslichtern hinten, hat er halt diese Begrenzungslichter, oben die gelben Dinger, die halt legal vorgeschrieben sind, wenn man ein Fahrzeug auf der Straße bewegt, was über 80 Inch breit ist. Spiegel nicht mit eingerechnet, um dem entgegenkommenden Verkehr zu signalisieren, dass da jetzt ein extra breites Fahrzeug eben kommt. Machen wir mal eine Tour von diesem Modell hier. Wir frieren jetzt langsam auch wirklich die Hände ein. Was hat das Ding gekostet? Also ich habe den Gebrauch gekauft. Das ist ein 2021er Modell, das heißt 2020 irgendwann gebaut. Und ich habe ihn gebraucht gekauft für 18.500. Neu kosten die so um die 20.000 herum. Also je nach Ausstattung kann man bis zu 24.000 Dollar bezahlen. Auch so ein bisschen je nach Location. Günstigere Preise bekommt man meistens, wenn man irgendwo nach Indiana oder so rauffahren würde. Da ist ein großer Händler, der bietet die teilweise für so 17.000 bis 18.000 Dollar an. Dann aber eben halt mit den mechanischen Stelzen und mit weniger Ausstattung. Hier waren ein bisschen Upgrades auch noch mit drin. Also deswegen waren die 18.500 ein ganz guter Preis. Ich habe unter anderem diese Kamera, die Rückfahrkamera mit dazu bekommen. Mit einem 8 Zoll Monitor, der auch irgendwie mehrere 100 Dollar kostet. Ich habe diese Tie-Down, ja, diese Spann-Dinger hier halt mit dazu bekommen. Die kosten tatsächlich auch ein Hunderter pro Stück. Deswegen habe ich sie hier halt mal mit einem Schloss gesichert. Klar kann man das mit einem Bolzenschneider abschneiden. Aber mir ging es nur darum, dass nicht irgendein Assi das, wenn ich irgendwo an einem Restaurant oder einer Tanke anhalte, mal eben ganz kurz so abzieht und mitnimmt. Hätte ich mir jetzt auch nicht gekauft. Man kann auch mit normalen Turnbuckles arbeiten, mit so Schraubdingern und Ketten. Aber die habe ich halt mit dazu bekommen. So, ja, und ich habe auch noch, was habe ich noch mit dazu bekommen? Ja, der Vorbesitzer hat diese Lifters hier abgegradet. Also der hat neue Lifters eingebaut, weil Palomino hat hier halt leider bei diesem Modell, ich weiß nicht, ob es ist immer noch der Fall, das haben sie halt scheiße gebaut. Und hier diese Motoren eingebaut, die im Wasser, wo Wasser reingekommen ist, wenn es geregnet hat. Und dann sind die weggerottet und haben dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Was natürlich halt ein Problem ist, wenn du irgendwo auf einer Campsite bist, wieder nach Hause fahren willst und dann sind die Motoren kaputt. Und der hat die hier gegen so Marine Grade, also für den Wasserschiffsverkehr geeigneten Liftern ausgetauscht selbst. Die waren jetzt auch nicht ganz billig und die haben selbst so eine Kapazität von 330 Pfund Gewicht pro Stelze oben. Also ich rede, wie gesagt, von den Dingern, die das Dach nach oben fahren. Das hat er abgegradet. Und dann gab es noch eine Klimaanlage, die ich schon abgebaut habe. Erkläre ich gleich, warum. Also auf dem Dach oben drauf war so eine Dachklimaanlage mit Heizung, Heizung und Klimaanlage. Und dann, ja genau, das waren so die Upgrades, die er mit dazu gegeben hat. Das Ding war sehr gepflegt, es wurde nie drin gekocht. Es riecht nicht irgendwie großartig. Insofern war es eigentlich ein ganz guter Deal und war nur so eine Stunde von mir entfernt, was auch ein Faktor war. Forest River hat diesen Hersteller Palomino mal 2016, glaube ich, aufgekauft und hat ein paar Verbesserungen gemacht im Vergleich zu älteren Modellen von diesem, die es auch gibt, so 2015 und älter. Und zwar haben die vorher einen Holzrahmen gehabt, was bei dem North Star 850 SC immer noch der Fall ist. Jetzt inzwischen haben sie das abgegradet zu einem Aluminiumrahmen. Genau, außerdem haben sie seit 2018 einen Durchlauferhitzer drin. Vorher hatten sie so einen Wassertank, also einen Wasserboiler drin. Jetzt haben sie inzwischen einen Durchlauferhitzer verbaut, was ganz angenehm ist. Der befindet sich hier hinter dieser Klappe. Ja, kommen wir gleich mal hier zu der Tour. Was gibt es hier so alles an Zeug, an Kabeln, an Dingen? Das ist halt hier, wie gesagt, die Stecker für die Stelzen. Die kann man einfach abschrauben. Dann ist hier so ein genereller Schalter, um das Ding von der Fahrzeuge, komplett die Elektrik zu trennen. Hier hinter der Klappe sind so zwei Terminals, wo man halt was, eine Solarpanel anschließen kann oder eine andere Stromquelle nochmal extra. Hier ist eben der Anschluss für diesen 7 Prong. Ich habe den leider ein bisschen beschädigt, selbst schon. Ich habe den halt mit Stecker zusammen so halb rausgerissen, weil ich das Ding sehr dämlich, habe mich geärgert, halt hochgefahren habe, während der Stecker drin war. Und dann habe ich nicht bedacht, dass der sich natürlich, ja, weiter entfernt von dem Truck. Und der Stecker, also der Truck war da nicht drunter. Und der Stecker selbst ist dann halt so rausgerissen, weil das Ding nach oben gefahren ist. Naja, gut. Passiert, ja. Ja, und hier ist noch so eine Rolle, das ist ein Truck-Bed-Cover, so mit Klettverschluss, was ich mir eingebaut habe. Genau deswegen, weil es eben halt zusammenrollbar ist und dann der Truck-Camper hinten drauf passt, ohne dass ich das großartig abbauen muss. Hier ist der Kühlschrank hinter, hinter diesen Lüftungsdingern. Und dieser kleine Schlauch, der hier rausschaut, ist halt so Kondenswasser innerhalb des Kühlschranks, was dann hier halt so raustropft, wenn es denn entsteht. Und hier füllt man Wasser ein und hier drunter füllt man, also füllt man kein Wasser ein, sondern kann halt City-Water-Connection einen Wasserschlauch mit Wasserdruck drauf anschließen. Also ich kann es an eine Wasserleitung anschließen und dann muss ich die Pumpe innen nicht benutzen, um Druck aufzubauen. Hier ist die Entlüftung für die Heizung drin, also hier kommt dann ja Abluft raus. Hier sind zwei Steckdosen, die funktionieren nur, wenn man den Truck-Camper generell an eine Steckdose angeschlossen hat. Das heißt, der Sinn ist davon, dass man hier draußen irgendein Accessoire oder irgendwas dran anschließt, wenn man sich draußen vor diesem Camper befindet. Den gibt es auch noch zu kaufen oder als Ausstattungs-Plus. Mit so einer Markise, die man an der Seite elektrisch ausfahren kann, hat der jetzt hier nicht. Hier ist wie gesagt der Wasser-Boiler, also nicht Boiler, sondern der Durchlaufer-Hitzer drin. Da drüber ist der Anschluss, wo man halt den Camper selbst an 20 Amp oder 30, steht drauf, 30 Amp anschließen kann mit so einem runden Stecker. Und da drunter kommt das Abwasser aus der Spüle raus tatsächlich. Das heißt, ich habe ja hier diesen goldenen Wasserhahn. Das ist natürlich nicht wirklich Gold, aber ein bisschen extra anschließen, habe ich hier angebaut, damit das nicht so die Wand runterläuft. Und man könnte hier jetzt halt auch einen Schlauch anschließen und das Ganze in so einem Eimer auffangen oder so. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Und hier ist eine Outdoor-Dusche. Das heißt, da sind zwei Hähne dran und ein Duschschlauch, der sinnloserweise abgeschlossen werden kann. Der Propan-Gastank ist nicht abgeschlossen. Aber hier hat sich der Hersteller gesagt, ja nicht, dass hier einer heimlich duscht. Und ich habe denen allerdings die Pins rausgenommen. Also man kann es einfach mit dem Schraubenzieher jetzt so öffnen, ohne Schlüssel. Ja, total sinnlos ist abzuschließen. Aber da ist halt eine Außendusche dran, die auch an den Durchlaufer-Hitzer angeschlossen ist. Also man kann halt hier außen warm duschen mit so einem Duschzelt idealerweise, wobei einem hier vermutlich keiner was wegschaut. Ja, hier ist ein Außenlicht, ein gelbes Licht mit eigenem Schalter, so ein Portschleit in gelb, damit es weniger Moskitos anzieht. Die Tür, Türgriff. Ja, mein witziger Büroaufkleber obendrauf. Hätte ich mir jetzt in Deutschland nicht draufgeklebt, aber hier dachte ich mir, es ist so ein kleiner Gag. So, als Deutscher identifizierbar, aber ohne Deutschlandaufkleber oder Deutschlandfahne oder wie auch immer. Genau, auf der Seite hier ist nicht mehr so wahnsinnig viel los. Also hier ist halt ein Fenster, logischerweise, und auch gleichzeitig ein Notausstieg. Das kann man von innen halt komplett öffnen und rausdrücken. Hier muss ich mal kurz die Hand des Gimbales wechseln. Hier ist halt der Propangastrank drin. Das ist ein ganz normaler Barbecue-Tank. Fände ich auch ganz angenehm, dass man den nicht füllen lassen muss, sondern den einfachen Austausch gegen so einen normalen Gas-Barbecue-Tank. Wie gesagt, nicht abgeschlossen. Da oben der Haken ist nur, um das halt einzuhaken. Ja, das beendet eigentlich auch schon so die Außentour. Wenn man das Ding runtergelassen hat, gibt es halt hier diese Latches oben, wo man es dann verriegelt mit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach innen rein. Da ist es auch deutlich wärmer. So Leute, ich bin mal hier reingegangen und habe die Tür zugemacht und die Heizung angeschaltet. Also das ist das Geräusch, was wir im Hintergrund hören. Das ist hier der Heizlüfter, wo die heiße Luft rauskommt, weil es mir doch ein bisschen zu kalt geworden ist draußen. Aber ich wollte ja eh über den Innenraum jetzt hier reden. Ein paar Maße nochmal von dem Camper. Ich blende sie einfach mal kurz ein. Also die Gesamtlänge, die Höhe von dem Teil mit dem Dach unten und die Breite. Dann noch die Höhe auf dem Fahrzeug mit dem Dach oben und die Höhe im fahrbereiten Zustand mit dem Dach unten. Gewicht ist bei 723 Kilo. Also nicht 732, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Ich habe einen Zahlendreher drin gehabt. Hier drin ist noch ein 15 Gallonen Wassertank. Also auf dem Typenstil steht 16. Das wird dann wahrscheinlich stimmen. Auf der Herstellerseite steht noch 15. Hier drunter ist eine 12 Volt Batterie, eine relativ große. Müsste ich ausbauen, um das Typenstil zu sehen, wie viel Ampere die hat. Weiß ich jetzt nicht. Ist relativ groß. Also hält hier eine Nacht locker durch, wenn man hier nicht sonst wie viel an Geräten auflädt und alle Lichter anschaltet und so weiter. Deswegen habe ich hier auch noch eine zweite Batterie, um meine Kameras so zu laden. Hier oben sind halt lauter Lichter in der Decke drin. Das sind diese Dinger, die man so drücken kann. Sind, glaube ich, acht Stück oder so in diesem ganzen Camper verteilt. Daran mangelt es jetzt definitiv nicht. Die Innenraumhöhe ist vielleicht ganz interessant noch zu wissen. Sind 84 Inch. Das heißt, ich kann hier halt locker drin stehen. Wenn das Dach unten ist, reduziert sich das auf 63 Inch. Das heißt, ich kann dann nur noch gebückt stehen. Aber ich kann aufrecht sitzen und ich kann hier halt auch liegen. Das heißt, ich kann den Camper halt auch nutzen, ohne dass ich das Dach hoch mache. Was mir halt wichtig war, weswegen ich mich auch für dieses Modell entschieden habe. Diese Couch-Ecke hier hat nämlich eine Länge von 83 Inch. Das heißt, ich kann hier halt ganz gut liegen. Und eine Breite von 35 Inch. Wobei ich das ein bisschen erweitert habe, weil es eigentlich so eine Sitzecke mit so einem komischen Tisch ist, den ich relativ nutzlos fand. Und habe hier so eine Holzplatte drunter geschraubt. Habe ein bisschen an Stauraum da drunter gewonnen. Und brauche, wie gesagt, diesen kleinen Tisch jetzt nicht unbedingt. Eine Sache, die mich jetzt hier auch noch stört, was ich rausreißen werde, vermutlich mal. Also deswegen dachte ich mir, mache ich die Campertour mal, bevor ich da anfange, Holzpaneele hier rauszureißen. Ist dieser Schrank. Den kann man nicht ganz entfernen, weil da auf der Rückseite außen halt der Propangastank drin ist. Aber dieser Propangastank nimmt halt tatsächlich nur einen sehr kleinen Teil dieses Raums ein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich hier mal so reinhalte. Aber der Propangastank ist halt wirklich sehr klein da drin. Halt so mit Metall ummantelt. Also entfernen kann ich den natürlich nicht. Aber die haben hier halt sinnloserweise so einen riesigen Schrank um diesen kleinen Propangastank rumgebaut. Was halt ein bisschen nervig ist, weil das hier genau der Bereich ist, wo ich meine Beine halte. Drinnen habe, wenn ich hier drauf schlafe. Außerdem haben sie halt hier die Höhe dramatisch erhöht, nur um da so eine ganz kleine dämliche Schublade einzubauen. Ja, weil die ist ja wirklich winzig. Und man kann diesen Stauraum definitiv besser nutzen. Deswegen werde ich es, glaube ich, rausreißen. Was ein bisschen schwierig ist, weil da ein paar Kabel drin sind. Hier ist eine Steckdose drin. Eine USB-Steckdose braucht man eigentlich auch nicht unbedingt, aber gut. Und das Thermostat für die Heizung. Ja, das kann man aber alles verlegen. Also das werde ich nochmal irgendwann angehen. Denn diese Plattform hier oben drauf brauche ich auch nicht unbedingt. Hier drüben ist ein Kühlschrank, wie man unschwer sehen kann. Was habe ich hier drin? Ich hatte überlegt, ob ich so ein... Oh, jetzt habe ich so eingefrorene Hände. Ich kriege das hier kaum auf. Oh, Jesus. Warte mal kurz. Ich hatte fast überlegt, ob ich hier so Back-to-the-Future-mäßig eine Flasche Ketchup rein stelle und so ein Subway-Sandwich. Aber habe ich nicht gemacht. Ja, das ist halt ein Kühlschrank, der über 110 Volt, 12 Volt und Propangas läuft. Mit so einem Tiefkühlfach hier oben drin. Ich werde den tatsächlich, glaube ich, überlege ich gerade, ob ich den rausreiße. Weil ich zwar schon einen Kühlschrank gebrauchen kann, aber es muss jetzt nicht so ein Kühlschrank sein, der über Propangas und 110 Volt läuft. Sondern mir reicht eigentlich für meine kurzen Trips auch eine Kühlbox, die Eis drin hat. Oder wenn es ein längerer Trip werden sollte, würde ich tatsächlich eine Kühlbox bevorzugen, die über 12 Volt läuft. Und die halt an eine Batterie angeschlossen ist. Entweder an den Camper oder an eine portable Batterie. Und nicht halt irgendwie über diesen Propangasflasche auch noch Propan zieht und so weiter und so weiter. Außerdem ist das halt hier eine riesige Konstruktion vom Gewicht jetzt mal abgesehen. Was wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied macht. Die diesen gesamten Kubus hier einnimmt. Und wenn ich das rausnehme, könnte ich halt unten eine Kühlbox reinsetzen und oben nochmal ein Regal für Küchenutensilien einbauen. Oder eine Schublade. Wobei der Außen halt natürlich diese Lüftung oder Entlüftung hat, die ich dann zumachen müsste. Also weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ist halt so mein Plan, das rauszunehmen. Hier hinter ist ein Fenster, wo ein Vorhang jetzt halt vorgeklippt ist. Wo man halt theoretisch eine Durchreiche zu dem Truck hätte. Also man kann da nicht durchkrabbeln oder ähnliches. Und man will das jetzt auch nicht permanent offen lassen, weil da halt natürlich so Luft zwischen dem Truck und dem Camper ist. So eine ganze Handbreit. Aber da könnte man theoretisch irgendein Kabel durchlegen oder irgendwas. Hier ist noch so eine weitere. Das habe ich rausgenommen schon in meiner Vorfreude darauf, diesen Kasten hier mal rauszureißen. Hier hat man so eine Idee, wie das aussieht. Also hier sind so Kabel hinten drin. Da war halt genauso wie hier so ein Panel vor. Hier sind ansonsten noch Schubladen, Schubfächer. Also keine Schubladen, aber halt solche Storage-Dinger hier halt eben, wo man so ein bisschen Zeug rein tun kann. Hier die Vibes sind sogar noch aus dem Interspar aus Österreich mit im Container rübergewandert. Und das Ganze ist ziemlich tief, geht hier ziemlich tief, die volle Breite fast von dem Camper nach rechts und links rein. Ist tatsächlich ganz praktisch, würde ich hier lassen. Ich würde sogar fast nur überlegen, das Ganze, wenn mir richtig langweilig ist, das Ganze mal irgendwie weiß oder hellgrau zu streichen oder so. Also von dem Farbschema hier bin ich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Kann ich aber definitiv mit leben. Da oben hat es noch weitere Schubladen oder Aufbewahrungsmöglichkeiten. Die werde ich jetzt wahrscheinlich so drin lassen, wobei ich vermutlich ein größeres Bett bevorzugen würde, als diese komischen Storage-Dinger hier, an die man auch nur wirklich rankommt, wenn das Dach oben ist. Aber gut, okay. Ist halt jetzt für den mehrwöchigen Trip mit Klamotten, die man dann fein säuberlich da rein stapeln kann, gedacht. Das hier ist recht praktisch. Das würde ich, wenn ich den Kühlschrank rausreiße, tatsächlich auch so erhalten oder drin lassen, weil das halt für mich so eine ganz gute Plattform ist, auf der ich jetzt im Stehen zum Beispiel essen könnte, wenn ich dann will oder hier halt Sachen drauflegen kann. Wie gesagt, so als Arbeitsfläche ist es nicht schlecht. Hier hat man halt eine Zwei-Burner-Platte, also Gas natürlich, ein Waschbecken, was nur funktioniert, wenn man oder vernünftig funktioniert, wenn man hier die Pumpe anschaltet. Das ist halt so eine Self-Priming-Pump. Das kennt man ja sicherlich aus dem Wohnmobilbereich in Deutschland auch. Und dann hat man hier das Wasser, das, wie gesagt, ohne Grauwassertank halt hinten rausfließt. Es gibt so Modelle, die eine Dusche noch mit drin haben. Die wäre wahrscheinlich aber für mich eh zu klein gewesen. Von daher habe ich mich da auch dagegen entschieden. Und es gibt halt Modelle auch, die eine Toilette mit drin haben. Aber letztendlich hat man dann halt auch so das ganze, diesen ganzen Ekelkram mit einem Grauwasser und einem Schmutzwassertank und so weiter. Ja, also da hatte ich eigentlich auch nicht so einen richtigen Bock drauf. Deswegen ist meine Toilettenlösung das jetzt hier. Wobei man jetzt hier in so einer Location wie hier, wo man nicht auf dem Campingplatz ist, natürlich auch einfach die rausgehen kann und die Petunien bewässern kann. Will man dann abends wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt machen. Deswegen ist das jetzt hier ganz gut. Wobei ich jetzt in Nummer zwei, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, da jetzt nicht unbedingt drauf machen würde, wollen. Hier ist noch so ein Netz, wo man so Küchenrollen und so weiter, wie man hier sehen kann, reintun kann. Hier ist so eine Stange, wenn man diesen Zeltbereich von außen reindrücken will, wenn man das Dach runter senkt, ohne den Hocker zu benutzen, dann geht diese Stange ganz gut dafür. Feuerlöscher natürlich. Hier ist eine Fernbedienung und die Fernbedienung angeschlossen für das Dach und die Stelzen außen. Das ist eine und dieselbe Fernbedienung, die man an- und ausschalten kann, wahrscheinlich um die Elektronik davon zu schützen, falls es hier mal einen Kurzschluss gibt oder ähnliches, dass man es nur anschaltet, wenn man es halt benutzt. Da drüber nochmal eine weitere Steckdose. Hier ist das Control Panel für den Durchlauferhitzer. Und hier ist, wie schon erwähnt, die Heizung, wo das Thermostat aber hinter mir ist. Hier ist noch ein kleines Fach, wobei ich mir überlege, auch hier die Tür sozusagen auszubauen, weil das Problem ist dabei, ist natürlich schon sinnvoll gemacht, dass es in die Richtung öffnet, weil man halt hier innen drin in dem Camper ist. Aber ich habe hier so ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel Taschenlampe, Messer und so, die ich auch von außen eigentlich ganz gerne nutzen würde wollen. Aber das ist halt total scheiße, wenn man hier an der Tür ist und dann nicht reingreifen kann, weil das dann halt so in die eigene Richtung, also in die falsche Richtung dann von der Perspektive aus öffnet. Außerdem könnte man hier halt noch eine weitere Schublade einbauen oder ähnliches, weiß ich noch nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Das hier hinter ist halt einfach nur eine dünne Abverkleidung für die Spüle, die da hinter ist. Also hier ist letztendlich dieser ganze Heizung, Durchlauferhitzer, Kühlschrank, Kabel, sonst was Zeug, alles drin. Die Platte sollte man natürlich, wenn man, das kann ich ja schon mal machen, sollte man halt zumachen, wenn man fährt, weil die aus Glas ist oder so tempered Glas, also beschichtetes Glas, Sicherheitsglas. Aber wenn man es vergisst und die dann während der Fahrt runterfällt bei der nächsten Linkskurve, dann hat man wahrscheinlich viele kleine Arbeitsplatten hinterher. Ansonsten, ja, es ist auch noch eine ganz gute Arbeitsfläche. Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Kochtyp, der jetzt beim Camping hier irgendwie was kochen muss. Und ich würde auch in so einem kleinen Raum hier auch nicht Bacon abbraten oder so. Ja, das ist hier auch noch, wer es kennt aus dem deutschen Baumarkt, das nehme ich halt hier aus der Euro-Stapelbox-Kistenserie, tue ich hier halt rein während der Fahrt. Passt zufälligerweise ganz gut. Und dieser Topf hier kommt in meine auch wiederum Eurobox, die ich mitgenommen habe. Ja, ich bin einer der wenigen Leute, der auf dem nordamerikanischen Markt diese Euroboxen hat, weil ich die, weil man die hier normalerweise nicht kaufen kann. Also Euroboxen halt, ja, Euro-Stapelboxen. Und die, ja, habe ich mir im Container mitgenommen. Wird ja ansonsten recht schwierig, die zu importieren. Das baue ich mir vielleicht auch noch mal insofern um, als dass ich das hier unten rausreiße. Diese Leiste habe ich mich bisher noch nicht getraut, wo halt der Tisch normalerweise drauf wäre. Der Fußraum von dem Tisch. Und dann würde ich mir das hier vielleicht noch mal so ein bisschen besser einbauen, dass man so eine Schublade hier hat zum rausziehen. Hier ist auch noch eine Jalousie natürlich hinter vorhanden, wo man das zumachen kann. Ich habe mir hier so ein Ding gekauft, was so auf Magnetbasis ist, was man halt mit Klettverschluss so ausfahren kann. Was ist noch so ein bisschen besser abdichtet, isoliert. Spiegel habe ich mir hier aufgeklebt. Das ist ein bisschen trutschig, so mit diesem ganzen Rahmen da rum und so weiter. Das müsste jetzt für mich auch alles nicht sein, wenn ich das designen würde. Das Schloss selbst finde ich sehr gut, dass man das bei so einem RV oder bei einem Camper hat. Finde ich im Vergleich zum Zelt schon, gibt mir ein enormes Sicherheitsgefühl, dass ich das von innen abschließen kann. Das heißt, es kann jetzt nicht irgendein Psychopath von außen kommen und einfach die Tür aufmachen oder so, wie bei einem Zelt. Insofern finde ich, das ist ein ganz guter Aspekt. Man kann es auch austauschen gegen ein Zahlenkombinationsschloss. Das sind auch noch so Upgrades, die ich mir irgendwann vorstellen könnte zu machen. Das hier könnte ich mir auch vorstellen mit einer ähnlichen Lösung hier wie dieses Pad hier auszutauschen, weil das halt hier so ein bisschen wohnzimmermäßig so eine Jalousie halt hier mit einer Jalousie ausgestattet ist. Und hier hinterher ist noch ein Fliegengitter und dieses Fenster kann man entsprechend ausklappen. Oder es ist halt auch ein Notausgang, ja. Genau, das müsste man hier irgendwie rausdrücken komplett. Mach ich jetzt nicht, ja, sorry. Genau, ja, hier die Aussicht. Das ist eigentlich jetzt auch schon die Tour von dem Camper. Die Rundumsicht ist, wie gesagt, ganz nett. Wenn die Location sehenswert ist, kann man natürlich alles runterlassen. Das sind so Klettverschlussvorhänge, die dann so runterklappen. Man kann es auch alles aufmachen. Dann ist hier nur noch ein Fliegengitter drin, wenn man die maximale Belüftung haben will. Ach ja, warum habe ich die Klimaanlage ausgebaut? Ja, also eigentlich nur aus einem Grund, weil, damit es in meine Garage passt. Weil die Klimaanlage ist halt ein monströser, großer, auch sehr schwerer Kasten, der oben, ich glaube, 30 Zentimeter Höhe hatte oder 25 Zentimeter. Also es hat damit halt einfach nicht in die Garage reingepasst, selbst mit runtergeklapptem Dach. Und deswegen habe ich die ausgebaut. Sie funktionierte eh nur, wenn man das Ding auf dem Campingplatz an Strom angeschlossen hat. Also von daher, man kann die jetzt nicht hier, wenn man irgendwo in der Natur campen ist, nutzt einem die Klimaanlage eh nichts. Ich habe die jetzt ausgetauscht gegen so eine selbst eingebaute Konstruktion. Und zwar ist das sowas wie das hier. Also die gibt es nur so zu kaufen, leider. Ich wollte aber so einen Hatch haben, wo man rausgucken kann. Also wo man hier das aufmachen kann und so ein Fliegengitter drin hat und einen Ventilator. Wahlweise mit oder ohne Ventilator, kosten nicht viel die Dinger. Und ich habe mir das hier gekauft und das rausgeschnitten, um hier so einen Hatch zu haben. Also diese Konstruktion mit dieser Schraube und dem Haken habe ich mir halt so überlegt. Und man kann das halt komplett aufmachen. Ja, weil ich insbesondere, wenn das Dach unten ist, da so rausgucken kann. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, ich kann halt hier zum Beispiel eine Kamera aufs Dach stellen und so ein Timelapse machen. Oder halt einfach rausgucken, wie es so draußen aussieht. Ja, nee, wollte ich halt haben, so einen Hatch, weil ich mir dachte, okay, zwei Ventilatoren hier in diesem Camper reichen mir eigentlich auch schon. Und ja, so für die Entlüftung oder B-Lüftung brauche ich jetzt nicht noch einen weiteren dritten Ventilator hier drin. Diese ominösen Haken hier oben an der Decke sind übrigens für so Hängeregale. Also die habe ich mit dazu bekommen, habe ich aber abgenommen, weil die mir den Innenraum zu klein gemacht haben. Und ich diesen, ja, etwas merkwürdigen Stauraum, weil man da jetzt nichts Schweres reintun kann, nicht unbedingt brauche. Insofern habe ich die abgenommen, weil sie mir halt, wie gesagt, den Innenraum jetzt ein bisschen zu klein machen. Und insbesondere, wenn die Decke unten ist, kann ich mich dann hier auch nicht mehr hinsetzen oder so, weil dann da so ein komisches Stoffregal so runterhängt. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Deswegen habe ich sie abgemacht, mir hier als Wäscheleine so einen Spanngurt drüber gezogen für das Handtuch hier und so. Ja, genau. Ja, das war's. Also das war die Tour von dem Camper. Vielen Dank mal wieder fürs Reinschauen und ihr werdet ihn ja sicherlich auch nochmal in einem späteren Video wieder nochmal sehen. Vielleicht dann ohne dieses Regal. Mal schauen. Alles klar. Vielen Dank und bis denn. Tschüss.